Willkommen zu City Skylines beim Rutschlumpf. Die Autobahnausfahrt ist da hinten auch ganz gut. Die wird auch gut genutzt. Die können da runter fahren, da rauf und da rüber. Ja, das können die. Aber vielleicht sollte ich denen trotzdem noch eine Ausfahrt geben, oder? Hm, vielleicht hier, oder? Äh, ist ja jetzt fürs Erste, das macht jetzt noch nicht viel Sinn. Außer hier ist aber trotzdem schon relativ viel Stau. Es wird doch ein bisschen so nicht schon machen. Ja, dann könnte ich hier irgendwie eine Verbindung rüber machen. Das würde schon Sinn machen. Wenn ich hier einen Teil abreißen würde und dann darf ich eine Ausfahrt hin machen. Das macht schon Sinn. Ah, das kommt dann weg. Das kommt dann auch weg. Das ist weg. Das heißt jetzt komm, hast du rein. Wenn das da Platz hat. Ja, das geht so nicht. Aber, ja, vielleicht bisschen. Warte, dann nehme ich da noch bis hier weg. Dann geht es auf jeden Fall. Dann kann ich es auf jeden Fall besser hinstellen. Das heißt so. So. Oder drehen vielleicht in die Richtung. Aber da geht es von der Höhe nicht. Das muss ich dann vielleicht so machen, oder? Also hier so rüber. Da muss ich schauen, ob ich da reinkomme. Wenn nicht, muss ich es nochmal neu machen. Da komme ich rein. Da komme ich auch rein. Ja, es geht. Das kann man ein bisschen besser machen da. Da stehe ich das da ein bisschen besser hin. Dann nehme ich aber das hier. Jetzt schauen wir mal, ob man da eine Kurve anziehen kann. Ich will hier nicht so eine Kurve anziehen. So. Ah, dann sieht es da wieder nicht so gut aus. Jetzt ist es ein bisschen besser. Aber auch nicht viel besser. Eigentlich ist es gar nicht besser, aber, ja. Da ist es auch nicht wirklich viel besser. Aber das ist eine kleine Kurve anziehen. Das sollte so passen. Man sollte da fahren können, das ist das Wichtigste. Jetzt bis hier rüber. Dann da noch rüber. Das Draht da rein. Und du kommst da rauf. sieht das wenigstens halbwegs okay aus. Lass ich mal laufen. Und dann kann ich hier ja an der Abfahrt bauen. Das nehme ich weg. Das wird eine Abfahrt. Oder ich fahre mit der Autobahn da weiter. Und lass sie dann hier enden. Das könnte ich auch machen. Das kommt dann hier mal weg. Das brauche ich fürs erste noch nicht. Ja komm her Straße. Und die Straße da werde ich auch noch nicht brauchen. Ich werde da mit einer Autobahn arbeiten. Die dann. Da bin ich außer da noch nicht. Da noch nicht. Wieder anfangen da. Da rein geht. Ja. Das ist okay. Und dann kann ich da. Einmal eine Gerade ziehen. Da macht er so eine komische Brücke. Das will ich nicht. Das hat er nicht gemacht. Wo mir das hier der Ort belegt. Vielleicht kann ich es von der Seite machen. Macht er keine Brücke. Dann macht er auch. Dann muss ich bisschen rüber fahren. Dass er das macht. So. Vielleicht nehme ich da auch. Nicht gerade das Tool hier. Jetzt hier so zu einer Kurve an. Und versuche dann da. Rein zu fahren. In der Kurve. So. Ja. So ungefähr. Dann. Was mache ich dann. Nämlich. Das. Gerade hier. Wissen. Geht das. Jetzt erstmal klein bauen. Und dann mal schauen ob das da geht. Ja. Es geht. Also. Wollen wir auf jeden Fall da nach hinten irgendwie. Darüber. Was verbinden. Ja. Und dann. Vielleicht fahre ich da rein. Oder macht das Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja. Dann muss ich da irgendwie selber rein. In die da irgendwo rein. Vielleicht. Macht das Sinn. Wenn. Wenn ich da dann den kleinen hin mache. Da. Und da dann irgendwo rein gehen. Also nicht ob das Sinn macht. Aber ich versuch's mal. Ja. Dann kann ich. Wenn das Spiel das erlaubt. Geht nicht. Nein. Das geht nicht. Aber so geht's. Das hier verbinden. Habe ich noch keine Ampel. Das ist gut. Das kann ich verbinden. Dann habe ich da eine Autobahn. Dann kann ich wo rein. Da irgendwo wäre es super wenn ich da. Da reinfahren. Was sagt das Spiel. Das ist gut. Da ist gut. Da ist keine Autobahn. eine Ampel. Dann das. Ist auch okay. Dann müssen wir nur schauen. Dass ich da jetzt rüberkomme. Mit einer Kurve. Und zwar machen wir das. So. Irgendwie da. Hin. Ähm. So. Nein. Ja. So. Ist okay. Ist okay. So. So. Dann so. Ja. Nehm ich so. Jetzt fahrst du. Warte mal. Ich werde die noch da hinfahren lassen. Die ist dann noch verbinden. Das ist gut. Da mache ich dann die Ausfahrt. Ein bisschen kurzer hin. So. So. Vielleicht. Das ist dann. Upgraden. In der Autobahnausfahrt. Das auch. In der Auffahrt. Dann gibt es eine Kurve. Irgendwie. Wir nutzen den schon. Aber wir sind die Auffahrt hier wirklich schon gut benutzt. Das muss ich sagen. Auch wenn die Auffahrt hier noch nicht genutzt wird. Ich hoffe das sie dann benutzt. Wird sie hier schon. Befahren. Nein. Die wird noch nicht. Befahren. Aber da kommt ein Zug rein. Und wo fahrt der hin? Der fahrt wohin? Da rein. Okay. Dann fahrt da noch immer keiner rein. Wird anscheinend nicht so genutzt vom Spiel. Ja. Sie können es auf jeden Fall nutzen. Und dann haben sie da. Abfahrt. Also sie können da. Aber auch immer sehen wollen. Da rüber fahren. Und wo auch immer. Von da hinten auf jeden Fall. Da müssen sie nicht so fahren. Aber. Wird jetzt noch nicht so genutzt. Ist jetzt noch kein Auto. Da fahren. Aber. Ja. So. Wir haben. Da. Was haben wir da für Probleme. Da brauchen wir einen Friedhof. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kommt da irgendwann einer rein. Da kommt einer rein. Mit Verwendung. Ja. Das sollte das Problem hier auch ein bisschen verbessern. Da werden die Verstorbenen auch abtransportiert. Die werden dann auch transportiert. Weggebracht. Mit genügend Verkaufswaren. Ja. Aber dafür habe ich eh. Hier. Hierhin gebaut. Und der sollte dabei. Doch finde ich. Ganz gut. Helden. So. Der fährt auch schon da rein. Das heißt. Der kann auch schon baut. Das Haus. Aus. Wir werden gleich sehen. Jetzt fahren hier auch die ersten Autos raus. Das ist gut. Und die fahren dann alle da. Hinein. Die meisten fahren aber so. Wir könnten eigentlich da rüber fahren. Machen sie auch. Aber ab da haben wir dann wieder ein Problem. Da müsste ich eigentlich zu einem neuen Kreis versetzen. Müsste ich eigentlich machen. Da einen neuen hinbauen. Damit das hier ein bisschen besser funktioniert. Oder ich mach da selber irgendwas hin. Da müsste ich dann die. Nämlich weg. Und mach dann. Ähm. Irgendwie selber irgendwas. Vielleicht so. Dann vielleicht. Der muss da rein. Und der da. Der da. Ja das da hinten. Mach ich nochmal. Also komm. Da rein. Wasser haben die. Da kann ich dann noch einmal eins erinnern. Hier. Das Gebiet. Und weiterlaufen lassen. Da war glaube ich eine Busstation. Eine Bushaltestelle. Oder? Da würde ich jetzt gerne wissen. Wie der Bus fahrt. Der fahrt. Also er fährt hier rüber. Fährt dann lang. Und hier. Hält jetzt auch. Okay. Ja das ist okay. Eigentlich. Das ist eigentlich okay. Wenn der da rein. Wenn man da so eine. Kreisverkehr ähnliche Konstruktion. Die ein bisschen anders. Funktioniert hier jetzt. Zumindest nicht. Ich hoffe das ist dann. Bisschen besser. Funktioniert. Wenn nicht. Wenn nicht. dann haben wir ein Problem. Müsse mal schauen. Ob das besser funktioniert. Ich geniege ein Verkaufsplan. Ja die kommen. Die kommen von hier. Da habe ich einen Güterbahnhof. 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 Das muss auf jeden Fall reichen. Wenn nicht dann haben wir ein Problem. So. Ich hoffe dass es ein bisschen besser ist. wir können ja mal schauen ein und siebzig prozent ja das muss hier aber komischerweise hier funktioniert ein bisschen im verkehr aber da dann wieder stellen wir sehr schlecht da könnte ich auch upgraden oder geht das nicht mit dem einfach probieren es ist eine zweispur da könnte ich die auch nehmen wenn wir da schon so arbeiten das würde gehen ja warum nicht machen wir einfach machen auch nicht ist es hier in der stelle jetzt besser geworden auf jeden fall aber da oben da weiß ich nicht was machen soll weil die staunen sich da schon sehr keine ahnung was ich da mach ausfahrt habe ich ja schon die fangen alle da und also sie könnten eigentlich da raus fahren und dann so wie es die hier machen so wie es der da macht ja der fahrt ja auch da vorbei weil die meisten wollen trotzdem noch nach in dieses gebiet hier wollen hier hinten dann die ware abliefern deswegen habe ich hier auch der autobahn gebaut die genutzt wird das ist schön aber man sieht hier das autobahn schild hier fangt ich glaube das wird ja hier schon machen wenn sie überall geht das ist gut es übergeht ich hoffe es ist voll gerne gefallen werden wir in der nächsten folge noch ein bisschen was am verkehr ändern da sehe ich mich jetzt da geht es nicht dass ich was ändere vielleicht noch zwei mal gibt es auch nicht da müsste ich dann hier an dem was ändern was ich da was ändern möchte danke fürs zusehen bis zum nächsten mal hoffe es hat euch gefallen tschüss